Hallo liebe IBE-Familie, hier spricht euer Schicki. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut, ihr seid alle gesund. Das ist wohl in der jetzigen schwierigen Zeit, wo wir uns befinden, mitunter das Wichtigste. Trotzdem möchte ich euch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar am 28. April um 19 Uhr wird das IBE-Meisterspiel gegen Luzern noch einmal auf dem YouTube-Kanal von IBE in voller Länge übertragen. Wie ihr wisst, vor zwei Jahren sind wir nach über 30 Jahren wieder einmal Meister geworden. Dieser Samstagabend, diesen werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben. Diese Emotionen, diese Leidenschaft, dieses elektrisierende Stadion, das war unglaublich. Und holen wir uns dieses Gefühl ein bisschen wieder ins Wohnzimmer, schauen wir uns alle dieses Spiel an. Und noch zusätzlich, was ihr machen könnt, schmückt eure Häuser, hängt sie aus den Fenstern. IBE-Trikots, IBE-Fahnen, IBE-Schals, alles was ihr finden könnt, Lassen wir Bären gelb entfachen. Ich werde hier in Wien mein Bestes tun. Ich habe noch ein altes Meistercap gefunden. Ich werde sie jetzt zu einer Radstour aufsetzen und dann auch vor die Haustür hängen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen vom Spiel. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffentlich bis bald. Liebe Grüße, euer Schiki.